Hallo und herzlich willkommen bei derautotester.de, eurem Autotester des Vertrauens und das sind unsere 10 Fakten zum Mitsubishi ASX. In aller Kürze, was ist neu am kompakten SUV? Ein bisschen veränderte Optik außen im Facelift. Wir haben 2 Liter Sauger mit 150 PS, Allradantrieb, Automatik, CVT-Getriebe. Im Innenraum ist ein bisschen was Neues. Und das alles für 20.990 Euro im Einstieg. Was nach Werbung klingt, sind unsere 10 Fakten vom Mitsubishi ASX. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, macht die Glocken an, macht mich zu einem glücklichen Mann. Und jetzt geht es auch los mit unseren 10 Fakten zum Mitsubishi ASX, die ihr unbedingt wissen sollt. Ich bin der Jan und jetzt viel Spaß dabei. Punkt Nummer 1, nämlich die Historie von unserem Mitsubishi ASX. Viele denken, Mensch, welche Generation? Die erste. Dieses Auto kam 2010 auf den Markt und hat sich weltweit inzwischen 1,32 Millionen Mal verkauft. In 90 Ländern. Hauptmärkte sind Amerika, USA, Europa. Wie soll es denn auch anders sein? Ja, in 2012 kam schon das erste leichte Facelift, 2016 das zweite und hier steht das dritte Facelift. Warum ist es so? Naja, ähnlich wie bei den Handys werden die Zyklen der Modelle beim Automobilbereich auch immer kleiner. Das liegt natürlich am hohen Wettbewerb im Kompaktsegment. Und dann hat mich überrascht, dass der ASX jetzt keine neue Generation bekommen hat, sondern eben wieder das dritte Facelift. Und was mich noch überrascht hat, war die Tatsache, dass ich gelesen habe, dass Mitsubishi mehr Autos an den privaten Sektor verkauft in Deutschland als Audi oder Opel. Kann ich eigentlich gar nicht so richtig glauben. Sprechen wir mit trockenen, kalten, labellobedürftigen Lippen um Punkt Nummer 2, nämlich den Wettbewerbern von unserem Mitsubishi ASX. Der ist mit 4,37 Meter ein bisschen kleiner als der Rockstar in Deutschland, nämlich der VW Tiguan. Das haben wir im VW-Konzern, das ist immer relativ leicht. Seat, Ateca, Skoda, Karoq, aber auch außerhalb gibt es natürlich unfassbar viel. Mit dem Ford Cougar, mit dem Mazda CX-30, mit dem Toyota RAV4. Jeder Hersteller hat was in dem Segment. Warum? Das ist das Boomer-Segment, denn alle von euch da draußen wollen gefühlt kompakte SUVs. Da kann der Markt aktuell eigentlich gar nicht genug von haben. Ähnlich wie ich von Labellos im Winter, stimmt gar nicht. Sprechen wir über Punkt Nummer 3, nämlich den Beauty-Punkt von unserem Mitsubishi ASX. Was hat sich verändert im Modelljahr 2020? Mehr Chrom, das ist hier der extrovertierte Vertreter in der Kompakt-SUV-Zunft. Mehr Chrom, Dynamic Shield hier vorne, angedeuteter Kuhfänger drauf. Gefällt mir bei Mitsubishi ausgesprochen gut. Wir haben etwas veränderte Position der Leuchten, etwas veränderte Position der Nebelleuchten. Wir haben einen Unterfahrschutz hier unten und eine riesen Front mit riesen Mitsubishi-Zeichen da vorne. Drei neue Farben haben wir auf dem Auto. Das ist ein braun, ein rot, soweit ich weiß. Und mir gefällt dieses Blau in Verbindung mit dem Schwarz und dem Chrom eigentlich sehr gut. Das ist kein rundes Design, aber es ist ein auffälliges. 18 Zöller haben wir hier drauf. Serienmäßig geht es bei 16 los. Hier wieder Chrom, Plastikbelankung um die Rathäuser im Schweller. Hier oben eine Dachreling, Panoramadach hier hinten. Chrom um die Fenster, hinten abgedunkelte Scheiben. Und das ist dann der Look, den den ASX ausmacht und eigentlich auch viele andere SUV. Aber wenn man von hinten schaut, haben wir hier LED-Leuchten, schön groß. Hier werden sie schmaler, ragen in die Kofferraumklappe rein. Hier steht es drauf, ASX. Hier unten einen Unterfahrschutz wie vorne. Angedeutete Auspuffendrohre, was keine sind. Ja, und das ist dann eigentlich ein ganz schöner Look, wie ich finde. Wenn wir jetzt hier den Kofferraum aufmachen, kommen wir auf ein Volumen von 406 bis 1206 Liter, wenn man die Rückbank umklappt. Ehrlicherweise ist es so, der Tiguan hat mehr, ist aber auch ein bisschen größer. Sprechen wir über Punkt 4, nämlich den Försterpunkt. Gibt es hier drin Allrad? Ja, es gibt im Modelljahr 2020 endlich wieder Allrad in unserem ASX. Den bekommt man allerdings aktuell nur mit der stufenlosen CVT-Getriebeversion, die sechs Stufen simuliert. Wie ist das hier drin? Wir haben den Automatikmodus. Das Auto ist normalerweise frontgetrieben, 98% vorne, 2% hinten. Das sorgt für einen guten Spritverbrauch. Wenn wir allerdings die Traktion brauchen, dann kann dieses Auto 50-50 verteilen. Wir haben auch starre Modi, dass wir ja 1,5-fache Kraft nach hinten bekommen oder nur Frontantrieb einstellen können. Und das ist dann ein System für Leute, die wirklich hier im Schwarzwald unterwegs sein wollen, das Sinn ergibt. Aber man muss immer das CVT-Getriebe nehmen. Hat den Vorteil, dass man Automatikgetriebe hat und dass man keine 5-Gang-Handschaltung in Kauf nehmen muss. Aber mehr zahlen. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, nämlich Antriebe in Mitsubishi ASX. Und das ist ganz einfach, denn es gibt nur einen. Der 1,6 Liter Saugbenziner mit 117 PS wird von einem 2 Liter Saugbenziner mit 150 PS abgelöst. Dieser Motor ist cool, macht Spaß. Er hat 195 Nm maximales Drehmoment, das nicht mit einem Turbobenziner mithalten kann. Der Motor hat aber andere Qualitäten. Denn er hat einen Normverbrauch von 7 Litern. Beim Auto, was 1.355 Kilo wiegt, ist gut. Ich habe auch wirklich nur 8 gebraucht. Und er beschleunigt mit 5-Gang-Handschaltung und Frontantrieb in 10,2 Sekunden auf 100. Mit CVT und Allrad braucht er 11,7. Was überraschend ist, das Auto wird 190 kmh schnell. Aber mehr zum Fahren gibt es dann später. Kommen wir zu Punkt 6. Zwei Punkte, die mir nicht so gut gefallen beim Auto. Man ist dann der Tanke, will hier aufmachen, das funktioniert nicht. Dann muss man vorne jedes Mal so einen Hebel ziehen. Das vergisst man manchmal. Wahrscheinlich, wenn man das Auto länger hat, vergisst man es nicht. Dann geht es auf. Hat den Vorteil allerdings, dass einem niemand Sprit klauen kann am Rasthof. Nummer 2 ist der Platz auf der Rückwand. Nicht für die Knie. Hier, da hat man genug Platz. Hier ist das Panorama-Tracht-Ding drin. Aber ich stehe halt hier im kompakten SUV mit dem Kopf an. Was nicht so ideal ist, schön ist. Man hat eine hohe Sitzposition, sieht vorne gut raus. Sprechen wir über Fakten Nummer 7, nämlich dem Innenraum. Und da hat sich nicht so viel verändert. Die Lüftungsdüsen sind ein bisschen anders. Das Infotainment, das SDA2, ist von 7 auf 8 Zoll gewachsen. Und Basis sind 6,5 Zoll. Und ansonsten wirkt es hier drin so ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist das dritte Facelift jetzt eben schon. Deshalb sagte ich, eine neue Generation wäre ganz gut. Aber solide verarbeitet, viel Plastik. Aber ein fahrorientierter Innenraum mit wenig Schnickschnack. Die Sitze knarzen ein bisschen, geben nicht richtig viel Seitenhalt. Aber man kann sich hier drin vor allem mit dem Panoramadach hier oben schon wohlfühlen. Das ist einfach ein nutzenorientierter Innenraum, der sehr intuitiv, vor allem mit dem Infotainment hier bedient was. Was fehlt? Es ist zum Beispiel eine induktive Ladeschale fürs Handy. Aber dafür haben wir zwei USB-Stecker hier drin. Und da würde ich sagen, auf sowas kann man doch auch echt irgendwie verzichten. Nummer 8 nehme ich dem Fahren. Ich mache euch den ASX an. Und wir fahren hier in den Nebel. Schön ist beim Auto, man profitiert von den 195 Nm maximal im Drehmoment, von den 150 PS. Denn der ist relativ durchzugskräftig mit seinem Gewicht von 1.355 Kilo. Die 5-Gang-Handschaltung ist knackig hier drin. Im 6. Gang vermissen wir ein bisschen. Das CVT wird laut, wenn es hochdreht. Kostet 1.500 Euro. Ist damit eine ganz gute Alternative für Schaltfaule. Allradantrieb kostet 1.900 Euro. Ist flexibel. Ja, und dieses Auto wirkt sehr modern beim Fahren. Gute Lenkung. Relativ komfortabel gefedert. Auch wenn der ein oder andere kleine Poller in der Straße an den Innenraum weitergeleitet wird. Aber ich würde sagen, die größte Errungenschaft im Facelift ist der neue Motor hier drin. Denn der ist top. Mit seinem Verbrauch von übrigens 8 Liter. Habe ich verbraucht. Angegeben ist er mit 7 Litern. Sondern das bedeutet, man braucht gar nicht unbedingt immer einen Turbo-Benziner. Sondern sowas hier ist manchmal auch eine ganz gute Alternative. Kommen wir in Max Schreiermann hier zu Punkt Nummer 9. Nämlich dem unschlagbaren Preis von unserem Mitsubishi ASX. Der beginnt bei 20.990 Euro mit 5-Gang-Handschaltung und Frontantrieb will ich. Allerdings Allradantrieb werden 1.900 Euro fällig will ich. Allerdings das CVT-Getriebe werden 1.500 Euro fällig. Trotzdem sehr guter Preis. Denn Klimaautomatik, LED-Leuchten ist da zum Beispiel schon drin. Kommen wir zu den Ausstattungslinien. Da gibt es Basis. Ja, noch eine Basis. Plus. Top dazwischen ist die Intro Edition und die Intro Edition Plus. Auf die Intro Editions bekommt man von Mitsubishi jeweils 3.000 Euro Preisvorteil. Was die Intro Edition dann allerdings preiswerter macht als die Basis Edition. Warum sollte die jemand nehmen? Es ist auch kompliziert, Freunde. Sprechen wir über Punkt Nummer 10. Was weniger ein Fakt ist, als eher meine eigene Meinung. Was spricht für den ASX? Was dagegen? Dafür spricht ein sehr extrovertierter Auftritt. Und vor allem ein nahezu unschlagbares Preis-Leistungsniveau von ab 20.990 Euro. Dagegen spricht viele mögen keine 5-Gang-Handschaltung. Viele mögen kein CVT-Getriebe. Viele hätten sich auch eine neue Generation als ein Facelift gewünscht. Aber was man sagen muss ist, bei den Japanern bekommt man halt im Vergleich jetzt zu den Wettbewerbern aus sehr großen, teilweise auch deutschen Konzernen sehr viel Auto für relativ gutes Geld. Und damit ist der ASX aus meiner Sicht ein Preis-Leistungs-Hammer und vielleicht sogar ein Geheimtipp, Friends. Der Nebel kommt und das waren unsere 10 Fakten zum heutigen Pferdchen in unserem automobilen Stall. Nämlich dem kompakten SUV Mitsubishi ASX. Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, war informativ. Ihr habt auch mal geschmunzelt. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf. www.derautotester.de Für Fahrberichte schaut ihr da vorbei. Ihr findet uns mit sehr viel snackable Content auf Instagram und Facebook. Auf YouTube habt ihr uns gefunden. Macht die Glocke an. Macht mich zu eurem Freund. Ich bin übrigens der Jan. Tschüssi. Ja, bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Zieh meine Mütze vor euch und vor dem Japaner. Bis bald.